Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter. So, heute spielen wir gegen Athletikum. Sozusagen eigentlich ein Spiel, eigentlich ohne Wertung Leute, ehrlich gesagt, ohne. Es geht um nix mehr für uns, wir haben eigentlich geht es um nix mehr heute, es geht einfach nur noch um sich gut aus dem Turnier zu beenden. Sozusagen, das Turnier jetzt. Erfolgreich wird's nicht Leute. Erfolgreich wird's nicht Leute. Leider nicht Leute, das ist das Ding, aber naja. Na heute. Genau, wir haben keinen Glück. Was aber eh nicht passen, wir werden eh nicht so. Ja, das, das, das Sieg im Bremen war halt nur ein kleiner Test Leute, dafür gilt eh nicht Leute. Ja, wir müssen einfach unser Spiel machen, ruhig einfach durchhauen und auch gucken. Diese. Das ist all we have time for today, thank you for coming. Die Saison einfach durchspielen, gucken, dass wir noch ne gute Saison spielen können. Und dann sehen wir einfach weiter, was die Saison bringt Leute. Ah, die, mal eins kann man sagen, diese Saison werden wir nicht mehr. Ja. Und dann haut mal schau und dann haben sie mal nur eine Wettbewerb zur Sache drin. Wir sind nur noch in einem Wettbewerb dann nur noch drin. Wir sind dann nur noch in einem Wettbewerb drinnen. Und es fängt man wieder. Es fängt wieder auf. Wir sind nur noch in einem Wettbewerb drinnen. Okay. Oh, Mann. Es ist doch. Aber das kann es ja echt in, von der Champions League ist eigentlich unmöglich zu gewinnen, Leute, wirklich alle, weil letzte Saison, zur Zeit ist die Mannschaft komplett außer Formel. Hä, was geht so aus? Gälder Lachdikolamari! Wollt, die Lachdikolamari! Wollt! Jungen, jungen, nach 9 Minuten, das ist. Aber das ist schon nicht normal. Oh, ja, 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 ja. Schaffen wir hier noch ein Anschlusstor, Leute? Zumindest nur einen Turm. Aber Oblak ist halt eine Maschinenlage, der Oblak-Effekt, Leute. Sehr gut. Ja. Oh, wir kommen. Aje. Oh, Mann. Oh, jungen. Oh, jungen, jungen. Alles, boah, alter Mann, hast du echt keine Lust mehr auf die Schwierigkeitsgraden. Hast du ja nicht gesagt, keine Lust mehr auf die Schwierigkeitsgraden, hast du echt keine Lust mehr auf die Schwierigkeitsgraden. Ah, boah, was für Junges kannst du dir doch nicht vorstellen, Alter. Junge können, ich glaube klatschen. Oh. Jetzt sehe ich irgendwie schade. Hier ist irgendwie Schadenbegrenzung zum Einhalt, aber es wird wahrscheinlich ähnlich... ... 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 Eigentlich kann es jetzt anfangen, wir haben jetzt komplett die Mannschaft gefühlt und was rausgenommen. Boah Leute, das Angst, boah, so Leute, jetzt müssen wir mal gucken, dass man zumindest in der vierten Halbzeit, zumindest das Spiel, drei Mal das Spiel, drei Halbzeiten lang haben wir verloren, Leute. Drei Halbzeiten lang haben wir verloren. Oh, no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Und nächstes Spiel geht's gegen Gladbach, Leute. Und wieder. Jo, du Horn, dass man die Ärzte, die, dass man vielleicht, dass man es doch noch schafft, eine Halbzeit zu spielen zu gewinnen und vier Halbzeiten zu gewinnen. Ja, das war's. Ruhig bleiben, Kuga. 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 das war das ding und jetzt können wir uns für der bundesliga oder abstieg kämpfe und dann noch dfb pokal haben wir okay die dfb pokal wo gekriegt kann man nicht jetzt wasser wenn kommt mensch auf ihnen verteidiger ich würde was die und würde fast raus das war so würde ich sagen ok müssen einladen ok mehr ok knappi mehr spiel ok ja war fast klar dass es passiert dass das passieren wird aber leute ich würde ja dass mir die wahrscheinlichkeit dass wir fliegen ist schon groß leute ich würde sagen gegen glatt bespielen wir erst beim nächsten mal somit sagt euer peter gaming tschüss bis dann und pg bis den